Moin Moin, Servus, Grüezi und Hallo und Willkommen zur neuen One-Every-Day-Folge mit der App NAVCasts, Wear-OS-Podcasts, Offline-NAV-Casts, die technischen Daten für die Familienmediathek zulässig, Größe variiert je nach Gerät, erforderliche Android-Versionsnummer variieren je nach Gerät, aktuelle Versionsnummer 2.3.8 und bei 47 Gesamtbewertungen eine Durchschnittsternbewertung von 3,7 von 5 Sternen. Ich kann ehrlich gesagt nicht so ganz verstehen, warum es nicht 5 Sterne hat, weil es funktioniert einfach gut. Es ist eine Offline-Podcast-Standalone-App für eure Wear-OS-Uhr. Ihr könnt nach Podcasts suchen, ihr könnt sie abonnieren, ihr könnt sie streamen, ihr könnt sie downloaden, ihr könnt auch sagen irgendwie Auto-Download oder so und könnt dann auf eurer Uhr Podcasts hören. Was möchte man denn mehr? Funktioniert übrigens einwandfrei NAVCasts, Wear-OS-Podcasts, Offline-NAVCasts. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, Tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich Tschau und Bye-Bye. Das war One App A Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info at oaad.de, facebook.com slash oneappatalk, gplus.eu slash oneappatalk oder eine Ad-Mention an twitter.com slash oneappatalk. DAUTIFIT 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 DAUTIFIT